Ja, und dann Rocha so. Ich bin irre. Und ich denke, das war wirklich lustig, hä? Oh ja, hast du schon den neuen Trailer zum Elder Scrolls Spiel gesehen? Was? Sie haben ein neues gemacht? Wirklich? Gott, das letzte war gut. Ja, er hat nicht wirklich viel gezeigt. Und da quatscht nur so ein alter Typ. Oh Mann, jetzt bin ich aufgeregt. Sei nicht zu aufgeregt. Das machst du ständig bei neuen Trailern. Was? Ich bin fertig. Doch, das einer, den sie fürchten. In ihrer Sprache nennen sie ihn Dovakin. Drachenblut. Heiliger Mist, was ist das? Gemacht aus Gottes Flamen. Du meine Augen, mich täuschen. Ein neues Elder Scrolls Game. Zeit ist dran. Ich flieg so dann. Glück voraus für mein Quest. Mach's gut mal. Mach's gut da. Und ihr süßes Bleibfest. Adios, Azeros. Und du Weiru machst gut. Ich geh so dann. Albion findet ein andern Idiot. Anderer Dreck füllt das Leck nur kurz. Dann tut es Beginn. Die Abenteuer meines Lebens in der Land von Skyrim. Ja! Sweet! Sweet! Vielen Dank.